ja jetzt können wir so viele wird ja lustig wir machen nahkampfattacke mit gut wie ist das ein fetter oder warum steht der buzzard boah kacke ja die gegner sind nervig egal die haben zeit ich klatsche sehen na super im flug du homo na geil wenn er auf vollem weg steht ment und so neben mir steht einer und ich schlage ihn direkt ich bin überhitzt nicht gut nicht gut zack und noch einer und da war super ich bin überhitzt nein lass mich in ruhe und jetzt also da rein zeig mir deine inneren zeig sie mir er ist ziemlich brutal aber ich glaube mal er ist relativ easy sei nicht weil ich endlich mal aus oh mein gott oh mein gott da kommt er wie kann man seine hinter nach ballern weil ich brauche mal seine frisse ab da kommt noch so wenig da hat noch so wenig wo er sollte mich lieber nicht treffen aber der ist jetzt weg super so einfach sind die fettesten gegner von orten nein granaten wo die granaten ich will die ja neben nicht irgendwelche kisten juli ok wenigstens granaten kann da oben was das denn ok das ist ja lustig meint er da so zu lachen zu den dinger wohl sind bestimmt so ja finde im spiel die zwei dinger die zwei einzigen diesen ganzen spiel gibt und dann die das noch eins ok dann hat denn für den kack ich finde ich immer lustig er war als schläge münchen verga ja du mather fucker hh wie geil halbisch und schon hunderte von verpasst aber egal von so mickiges ding da hat man auf so was achtet ne so gibt es ja was zum aufheben ohne flinze lecken mich habe ich keinen bock aber nein gott obwohl erfassungsleser kann ja mitnehmen bettelte davon türe aneinigt schlag akisten kentenwerfer nö danke naja hochschlag ich immer kentenwerfer nö worten aussicht das ist geil wo ho ho mok auf wo ist der kentenwerfer nö nein ey wie scheiße sind die denn die balle ich jetzt einfach mit einer mg ab ganz easy mg raus obwohl die energie brauche ich gleich für genau dafür na wo ist der andere bekloppte da 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 ich hab's gehört ich hab's gehört da ist er super nicht trifft zack und weg und da ist ja noch was jetzt achte ich mal so ein bisschen hab ich so noch mehr so kleine figuren finde mal super berutscht was meine kollegen eigentlich kann man dann bestimmt drum und sagen ja der macht das alles schon ja wir warten hier schweres maschinengewehr und wird nun weiter runter ok und noch mehr waffen für mich auch voll kraft der das geil 50 prozent du hohen oh mein gott nein 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 was jetzt ich gehe nicht nach vorne leck mich oder ich gehe nach vorne 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 ich die hasse so ich das ding raus und dann ach das scheiß überhitzt dinge das hasse ich so so hat ein körper ich bin tot und als ich gar keinen bock drauf wird sein wort und dann zurück und dann nur und dann schieben wie kleineren so mein gott n nein weiß der kacke ja ich hasse ein baum vom wozu noch ein komm auch dann macht er jetzt auch nein geh weg wo wir sind und dann zack und dann oh wo ich jetzt ganz schnell ganz weg bekommen ach geht doch weg ist er hä oh nein 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 ganz ehrlich wie geht das wieder stirbt wolle einfach alles raus was du warst kacke na ach nein jetzt sagte wir noch transformer aber wie ich einfach nur hasse dort nun ok so seine augen wegballern kopf weggefetzt du uhrensohn du uhrensohn boah kacke kacke nein wer hat gegen jetzt mehr so ein kack gegner oh ja 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 warum muss er sich transformieren findest du ja so ne kacke ok im grunde ist das ja einfach ah nein nicht dein ja komm mach dein oh mein gott er macht geht er weg der war voll auf mich fixiert voller rassisten der mag keine anzugtypen ja komm raste jetzt aus raste aus und baller deine ganzen genitalien weg r r nachher um springen und hoffen dass er nicht trifft komo transforma macht transforma section na warte ich kenne doch mal und gleich in emp werfen wir auch ganz gern die mit empf am arsch rüber geht mensch basti oh nein oh nein oh nein was macht er oh junge ho 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 der hat voll die arg raus gegen mich na jetzt kann er mich sowieso mal schlägen so nein macht doch nicht deinen pill musst du Okay, seinen Arm hat er nicht mehr Dann hat er auch seinen linken Arm gleich nicht mehr Dann voll Voll, das ist so kacke Boah, alle abgeballert, boah, ist das geil Komm, Arm, verreck Arm Boah, jetzt verreckt er Achso, wenn jetzt den linken Arm abballert Dann passiert das immer Ob sein Kopf weggesemmelt Und weg, und weg Bevor er wieder so eine Schwaste das macht Na, vielleicht können wir diese scheiß Kacke Die hier wieder in mein Gesicht rammen möchten Und, und, und Zack, nein, das ist so wenig Nein Hätte das getroffen, ich wäre tot Achso, der ist umgekippt Ja Ich glaube so ein Finisher, der sich Den er Wo er selber stirbt Boah, kacke, ey Solche Kämpfe Solche Kämpfe Ja, die hießen Wie wir Vor allem die Kontrollpunkte Ich mach den ersten platt Dann transformiere sich Dann kommt noch einer Boah War richtig nervig Ah, EMPs Ey, warte, wohin soll ich eigentlich Achso Schaut schon zugehen Nö Danke Danke Know Was für vampire Warte, 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 warte Warte, 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 warte Vielen Dank.